Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Wir probieren jetzt ganz was Neues. Ein neuer Song ist der Song von Bär. Okay, was ist Bär? Bär ist ein neuer Song, den wir noch nicht aufgenommen haben. Ja, ist ganz hitzig, der Song. Ist das lang? Nö. 2,50 oder so. Okay. Den tollen 2.000 Euro Progresso, den ich hier nehme, der heißt FETZO. Die Bezeichnungen sind einfach so geil, also hier gibt's Trenny und Spank. Hier ist Trenny. Trenny und Spank. Oh scheiße, jetzt habe ich einen Bus mit dazu gemacht. Ich wollte nur Spank. Blau. Ohne Fett. Ohne Fett. Ohne Fett. Völlig nah. Man dreht sich durch die Welt. Ich bin ein Tier Ohne Schutz Und ohne Schatz Und du, was mir gefällt Ich bin ein Tier Was ist Pazifist? Weiß nicht, was das ist 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 Pazifist ist Und trug mal Paz Und keiner macht Doch mir gefällt Ich bin ein wildes Tier Nur ohne Tanzen Und wildem Jäger Vor dem Blintel tanzen Das ist Pazifist? Was ist Pazifist? Pazifist Weiß nicht, was das ist Pazifist Weiß nicht, was das ist Pazifist 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 Vielen Dank.